Hallo meine Freunde, weiter ein Video von UDOT BOSS! Jetzt kommt es zu meinem Video meine Freunde! Jetzt kommt es zum heutigen Thema man! Bounce MC und Samarita man! Nee Sambra meine Freunde! Streiten sich um die Eins man! Mensch Knochen MC man! Musst mir Klicks geben man! Also musst du denen mehr rummachen, sonst hast du gegen Samra keine Chance man! Der Junge ist immer wieder auf einem aufschriebenden Ast man! Er macht eigentlich wieder Mucke mit Eiern! Und nicht dieses Lebst du noch? Ihr wisst doch Bescheid man! So macht er nicht mehr! Er macht jetzt richtige Mucke! Und Bounce macht ja eh allgemeine Mucke angeklappt! War gut Knochen MC! Hast du gut gemacht man! Aber er sagt Alex! Er sagt mal harte Lied aus hohen! Und nicht immer so komische Lala-Gesänge! Das kann das nicht ab man! Hennesse war nicht schlecht man! Aber zu Mainstreamer! Mach harte Mucke! Ach scheiß drauf! Macht ihr eh was ihr wollt! Aber kommen wir schnell zum nächsten Thema! Unser guter Michael Jackson man! Jetzt ist der Bescheid Michael Jackson! Sie liebt Kinde! Der macht immer noch Geld ohne Ende man! Und weil er tot ist meine Freunde! Die Leute hinter dem Rücken machen wohl noch Millionen mit den Jungen! Das ist nicht gut! Irgendwas trot auf seinen ehrenvollen Nacken machen wir noch keine Kuh! Oder man? Aber naja so müssen die Leute wieder ein Gewissen vereinbaren! Aber ich finde das nicht gut meine Freunde! So das war es mal wieder mit dem Video von Nuno-Boss! Und jetzt abonniert und leckt meine Freunde! Und BAM! Schauen meine Freunde! Und dann alle Hater! Ihr werdet mich niemals stoppen! Und das ist für euch! Und das ist für euch! Untertitelung des ZDF, 2020